Im Rahmen dieses Kennenlernseminars möchten wir Ihnen die Kooperationsmöglichkeiten mit dem FELS-Institut für moderne Vergütungssysteme und betriebliche Altersversorgung vorstellen. Wir verstehen uns als reine Backoffice-Gesellschaft in Zusammenarbeit mit der FELS Rechtsanwälte, Steuerberater, GbR in Nürnberg und der FELS Penstreuhang GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die als Verwaltungsgesellschaft der pauschal datierten Unterstützungskassen fungiert. Im Vergleich zu anderen Unternehmen am Markt sind wir Ihr Büro im Hintergrund und nicht Ihr Wettbewerber. Das ist uns wichtig, dass Sie diese Vorgehensweise verstehen. Ihre Kunden werden zwar professionell von uns betreut, aber den Kontakt zu Ihren Unternehmen halten Sie. Das ist unser oberstes Prinzip für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen. Neben dem Institut stehen Ihnen, wie auch uns, für Fachfragen die Rechtsanwälte der FELS, Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, GbR zur Verfügung. Unsere Rechtsanwälte, Steuerberater, Diplomkraftleute, Betriebswirte und Mathematiker sind hier im Haus in der Matterstraße Nürnberg und können Ihnen bei Fragen jederzeit zur Verfügung stehen. Das FELS-Institut bietet Ihnen verschiedene Kooperationsmöglichkeiten an. An erster Stelle möchte ich den selbstständigen Vollpartner nennen. Der selbstständige Vollpartner betreut die Unternehmen vor Ort vollständig und selbstständig. Er führt also die Beratung komplett vollständig durch. Der VIP-Partner ist eine Vorstufe zum selbstständigen Vollpartner. Er benötigt bei den ersten fünf bis sechs Unternehmen noch eine intensive Betreuung durch uns, also eine Begleitung, in dem wir Projektskizzen, Schriftverkehr, Präsentationen und Ähnliches zur Verfügung stellen. Empfehlungsgeber wiederum sind Multiplikatoren und Unternehmensberater, die anderen Partnern einen Kontakt zu einem interessierten Unternehmen vermitteln. Wir wünschen uns grundsätzlich eine langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen zum Nutzen der Kunden. Es ist uns wichtig, dass Sie zu uns passen und wir zu Ihnen passen. Wir unterstützen Sie gerne umfangreich und gestalten mit Ihnen maßgestaltete Birkfluss und Systeme für Ihre Kunden, die auf Ihre Kunden passen. Herr Bayer von der Felspenstreuen GmbH steht Ihnen auch gerne für Fachvorträge, Schulungen und Ausbildungen zur Verfügung. In unserer hauseigenen Akademie haben wir neben Einsteiger und fortgeschrittenen Seminaren auch regelmäßige Workshops, die von Praktikern gehalten werden. Wir sind der Meinung, durch Kooperation sind wir erfolgreich.